So, hier waren wir stehen geblieben, in unserem Bettchen. Ich muss mal grad die Marta aus dem Weg holen. So. Ähm... Was machen wir denn heute? Wir sollten... uns darum kümmern, dass die Motte tiefer tauchen kann, damit wir dieses fehlende Signal noch wiederfinden unter der schwebenden Insel. Dafür brauchen wir, glaube ich, Magnetit, wenn ich mich nicht irre. Dafür brauchen wir genau hier. Ja, dafür brauchen wir Magnetit. Und Magnetit bekommen wir... Keine Ahnung, woher. Marta steht nie im Weg. Nein, ich hätte sie sonst jetzt gleich umgeschmissen. Konzu, guten Abend. Ähm... Oh, nee, war... Nein. Nein. Warte. Das kann ich hier gar nicht anwählen. Äh... Frage an den Chat. Bad. Befindet sich Magnetit in Kalksteinbrocken oder Sandsteinbrocken? Nein. Na toll. Dann kann ich's mit dem Scanner ja schon mal nicht suchen. Oh, V-Lamp. Was? Toll. Woher krieg ich denn dann jetzt Magnetit? Verratet ihr mir das bitte? Wo ich Magnetit finden kann. Sonst, äh, brauchen wir noch ewig und drei Tage, bis wir hier weiterkommen. Auf dem Boden. Nee. Aus dem Meer. Oh, wow. Äh, pinke Pilzhöhle. Dankeschön. Willkommen aboord, Captain. Pinke Pilzhöhle, da weiß ich ja dann, wo ich hin muss. Hier finde ich also Magnetit. Nur wo? Das, äh, bleibt abzuwarten. Oh, nicht, nicht in den Vulkan rein. Da ist ein großer Brocken, den kriegen wir aber nicht abgebaut ohne den Krebs. Warte mal, aber sind das vielleicht auch nur die großen Brocken? Ich geh mal mal gucken. Ja, das sind die großen Magnetitbrocken hier. Die Frage ist aber, ob wir Magnetit auch in klein finden. Wenn wir es nicht in klein finden, müssen wir nämlich erstmal den, äh, Krebs aufmodeln. Boah. Schauen wir mal. Ist das Magnetit? Das kleine da? Ja. Jetzt kommt wieder diese sakrale Musik und ich denke wieder, hier ist irgendwas Schlimmes im Gange. Oh, warte, wir können es noch scannen. Tim, danke fürs, 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 fürs random Gift. Dankeschön. Vielen, vielen Dank dir. Und, äh, willkommen an Oliver. Willkommen bei den Flauschewübsen. Viel Spaß mit den E-Mods hier. Vielen, vielen Dank, Tim. Fürs vergiften. Fürs randomisierte vergiften. Hätte ich eigentlich ein leeres Inventar? Ah, halbwegs. Ah, ja, die großen können wir leider nicht abbauen. Ich bedanke dich bei Rocket League. Hä? Was? Warum? Wie? Okay, das scheint eher nur so in Bodennähe vorzukommen, wenn ich das richtig sehe. Nicht so im Wandbereich. Na, guck mal, können wir ein bisschen was, ein bisschen was auslagern. Wie viel brauchst du denn, Isa? Ich hab keine Ahnung. Ich mach jetzt einfach mal den Kofferraum und die Tasche voll. Und dann gucken wir weiter. Ja, lass dich halt nicht vom Vulkan grillen. Guck mal, Aug-Aug ist auch schlau genug, da drumherum zu fliegen. Magnetit kannst du nie genug haben. Ja, das denke ich mir. Schau mal, kennst du die? Nee, hab ich noch nie gesehen. Hab ich noch nie gesehen. Sab ich noch nie gesehen. Hey, komm. Oh Gott. Wie viele große von den Vorkommen hier unten rumhängen und wir können sie halt einfach noch nicht abbauen. Das ist ein bisschen kacke. Das ist ein bisschen kacke. Dafür wollen wir, glaube ich, gleich die Motte wieder. Ich guck mal mal hier, ob hier oben noch was ist. Nö. Nö, du hast noch nicht viel verpasst. Wir haben gerade erst mit Spielen angefangen. Oh, guck mal, wir haben schon wieder ein neues Signal bekommen. So, da haben wir eben geschaut. Dann gucken wir mal da hinten. Da ist was. Da ist was. Da ist auch noch was. Also diese Moränen klingen fast so unheimlich wie Reaper, ne? Das muss man immer so sagen. Also so viel, wie hier davon rumliegt, bin ich da bisher aber relativ ziel sicher immer dran vorbeigeschwommen, ne? So. Irgendwie. Nope. Was ist das? Was ist das denn? Warum schwebt denn hier einfach so ein Stein rum? War bestimmt vorher nicht der Isa. Ach so. Also konnte ich es vorher gar nicht finden. Ja gut, das macht natürlich Sinn. Mir wäre sowas doch sonst niemals entgangen. Also, kannst du mir ja nicht erzählen, weißt du. Okay, ein paar können wir noch. Master, dass das Ziel sicher dran vorbeischwimmt. Ja, vielleicht. Ne, warte, kamen wir von da? Oh Gott, hier unten verlieh ich jedes Mal die Orientierung. Ich weiß. Okay. Mal die Orientierung. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ah, ich kann schon viel davon. Ne, jetzt ist es im Hinterfall. Okay, wir müssen zurück. Äh, Motti, wo bist du? Da. Sehr gerne, James. Danke, dass ihr zuschaut und euch das Spaß macht. Das freut mich sehr. Ich glaube, Orientierung verlieren ist in diesem Spiel gewollt. Aber dafür hat man ja die Signale. Das stimmt. Wenn man auf sie hört. Oder wenn man sie findet. Ne? So, jetzt müssen wir nur wieder den Weg nach draußen finden. Immer wenn es anfängt zu röhren, dann ist man unter den Riffrücken. Und weiß, da ist der... Ups, Entschuldigung. Oh, Verzeihung. Ausgang. Ich brenne mir die Signale immer selber. Ja, so geht es natürlich. Ich brenne mir so nur für Reaper. Haha. So. Haben wir da schon was drin? Ja, da haben wir aber hier nur so den Rest-Stuff drin. Pass auf, dann machen wir jetzt aus diesem Schrank hier Magnetit. Ah, da kommen wir in den Diamanten rein. Lithium. Lithium. Wo hatte ich denn Lithium? Ah, da hinten. Wieso dümpelt denn da ein einzelnes Magnetit noch zwischenrum? Warum bist du nicht bei den anderen gewesen? Große Frage. Was haben wir jetzt hier noch irgendwo? Ja, guck mal. Da können wir es auslangen. Sehr gut. Äh, Winnie, das ist der, ähm, der Zooklub, den wir gebaut haben. Ups. Ja, wir, es ist vielleicht gestern, also aus dem gemütlichen, wir spannen ein bisschen Ausstream, ist vielleicht, der ist vielleicht ein bisschen eskaliert. Zeitmäßig, so. Weißt du? Möglicherweise, ein bisschen. Etwas. Haha. So. Okay. Damit könnten wir jetzt theoretisch das Tiefenmodul. Was brauchen wir dafür? Wir brauchen zweimal Magnetit, kein Problem. Immer jetzt das Glas. Einmal. Äh, wir haben sogar, ach guck mal, geil, wir haben sogar noch ein Zähnchen übrig. Ähm, und. Blasstahlbauen. Einen. Was brauchten ich dafür nochmal? Verdammt, ich vergesse es. Jedes Mal. Ein Titanbarren und zweimal Lithium. Haben wir genug Titan? Ich weiß nicht, ob wir überhaupt noch Titan übrig hatten. Ein bisschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Mist. Ist aber von Heilung hinzugeheilt. Ich hab's wie lange gemacht? Nur, nur ein bisschen? Nur ein bisschen? Kann sein, Teddy. Das war der Host dann. So um vier Uhr morgens. Ich glaube aber, wir hatten doch, glaube ich, noch einen Zyklopentitan gelagert. Ist der, ist der auch von dir unsanft? Der, der, der Kopf, der Flausch, Flausch, Babykopf da? Der ist voll süß. Der ist echt richtig. Die Emots sind echt richtig, richtig, richtig gut geworden. Die gefallen mir echt gut. Richtig schön. Ach, deswegen hatte mein Smartphone von morgen keinen Akku mehr. Entschuldigung. Ach, guck mal. Welche Wohltat. Aber wir gehen erstmal an Titan 2, weil, ne? Wir packen aber erstmal alles voll, weil, wer weiß, was wir da unten gleich noch basteln wollen. Ist das nicht schön? Das ist unsere Schlafnische. Nische. Nische in unserem neuen U-Boot. Und unsere Essensnische. Ist das nicht ein schönes Schlafzimmer? Sagt mal. Ihr sollt nicht mal sagen. Ihr sollt sagen, ob's schön ist. Manchmal seid ihr genauso kacke wie ich, wisst ihr das? Sag mal Bescheid. Bescheid. Sehr schick. Ja, ne? Billy hat's immer was? Du hast es achtmal gesagt. Wiederher so's geschah, genau. Ja, schick ich, hör wieder bei Darm. So, ähm. Genau, zwei Lithium müssen wir uns noch einmal rausholen. Na? So, wie Schlafzimmer ist er. Mir fehlt noch der Zyklop dazu. Drück dich mal klar aus. Ah, glaub ich mir nicht. Ähm. Bindo, guten Abend. Und danke dir für dein Haus. Vielen, vielen Dank. Äh, wir müssen, glaube ich, jetzt das Tiefenmodul noch aus der Motte rausholen. Damit wir das, äh, quasi modifizieren können. Warte. Da, Stufe 1. Nehmen wir mit. Ne, warte mal. Wo baue ich denn das? Baue ich das in der Fahrzeugstation? Im Dock? Das baue ich bestimmt im Dock, ne? Sie hat es gelesen. Woher weißt du das? Woher weißt du das? Modifizierung war schon richtig. Warte, hab ich das übersehen? Ich hab erstmal die ganzen Tiefenmodule für die Motte gesucht und bis jetzt noch keinen Zyklopengebrauch. Also kann man's natürlich auch machen. Warte mal. Hier. Achso, ah, deswegen. Ich hab noch keinen Magnetit rausgeholt. Deshalb. So, damit hätten wir Stufe 2. Und für Stufe 3 brauchen wir Plasterbahn und Turbinen. Dann können wir direkt Stufe 3 basteln. Ist das geil? Oder ist das geil? Das ist geil. Man hat die Reaktion im Gesicht gesehen. Was? Was? Wär schön, wenn's so wär, Oberlexus. Das wär... Das wär hübsch. Es geht nur bis Stufe 3, oder? Ja, bisher ja. Alles klar, Bierchen. Dann, äh, angenehmes Lurken. Danke fürs Dasein. Und, äh, ich hoffe, du kannst dann auch schlafen und so. 9, 100! Wir können mit der Motte auf 900! Mega! So, aber ich will noch was anderes gucken. Was können wir noch für die Motte machen? Nix. Warte doch, da. Äh, tiefen Modul haben wir. Rumpfpanzerung. Wär halt nicht schlecht, ne? Was ist das? Solarladegerät. Weiß ich nicht, ob das Sinn macht, weil wir halt eh immer so weit unten sind, ne? Also, ne Rumpfpanzerung wär nicht schlecht. Was macht das? Weiß ich nicht, ob wir das brauchen. Hier, Rumpfpanzerung würde ich noch gern bauen. Da brauchen wir ein Lithium und vier Diamanten für. Das kriegen wir hin. Ich weiß, ob wir Lexus, das ist halt meine Art. Also, ein Lithium, vier Diamanten. Eins, zwei, drei, vier. Und ein Lithium. Guck. Das kann ich aber hier nicht bauen. Das kann ich hier nicht bauen. Warum kann ich das nicht? Ich hab alles dabei dafür. Hier kann ich auch irgendwie nur das Tiefenmodul erstellen. Vielleicht beim Schiff. Ja, oder ich muss mit dem ins Fahrzeug-Dock. Vielleicht muss dann mit ins Fahrzeug-Dock dafür. Nee, das hier ist ja nur für Pharao und so ein Stuff, ne? Wieso kann ich denn das... Das ist ja nix... Nur vorhandene Sachen modifizieren. Ja, aber das hat ja keine Stufen oder ähnliches. Wisst ihr? Also, das ist ja nicht wie dieses hier. Hä? Hä? Das habe ich übersehen. Am Fabrikator habe ich aber doch auch geguckt. Ich habe doch am Fabrikator geguckt, da war doch nichts. Und mit dem Konstruktionswerkzeug würde es ja wahrscheinlich auch nicht gehen. Weil das ist ja nur für Gerätschaften, nicht für Module. Es geht nicht mit Modifizierung und es geht nicht mit Fabrikator. Ich habe es ja entdeckt, also dann müsste es dann irgendwo rumliegen und ich habe es schon. Wie das erste Tiefenmodul für die Mathe? Nee. Wo hast du denn bis jetzt schon Module gebaut? Nee, die Module, die ich bisher habe, habe ich alle gefunden. Die habe ich halt alle gefunden. Und die für den Zyklo? Weiß ich nicht mehr. Ja, ich stehe tatsächlich gerade auf dem Schlauch. Wo habe ich denn bisher die Module hergestellt? Das sind hier die Modifizierungssachen, die sind ja uninteressant. Aber hier so das Frachtenmodul zum Beispiel oder das erste Seemottenmodul, das habe ich ja gefunden. Aber dann müsste ich ja die Rumpfpanzerung schon gefunden haben. Habe ich den in Krebs gebaut? Willkommen aufwärts, Captain. All systems online. Nee, der hat hier dieses Frachtgedöns und was ist das? Keine Ahnung, sehe ich nicht. Aber das ist nicht das, was ich suche. Nee, der hat nicht diese Modifizierung drin. Ich weiß es halt gerade echt nicht. Und 20 Minuten stimmt überhaupt nicht. Wo habe ich schon zweimal davor stand? Wo stand ich denn schon zweimal davor? Ich habe absolut keine Ahnung. Ich meine immer noch nicht über 6 Minuten, aber dann wurde auf dich, wo ich das 19. Das Ganze läuft so ein bisschen mehr. Mitには PREPON wel Parsifizierungする. Es geht also mit dem und an increndieren. Monsieur bitch, Gott, wo ancestors mete texts. AS효 know ich es und dann sticksine in, Bob someone差不多. Ich kann es nur noch ein bisschen mehr. Hi det in das Geschenk Geoff. Bis dann schon mal. stabilize dich. Und dann kommt frei herum. Ich muss jetzt bitte nicht swear. D하다 sein mit einem吸 � courses aufs. Außerdem tut mal nicht so, als wäre euch das in Spielen noch nie passiert. Nee, hier konnte ich nur Scanner-Raum-Geschichten herstellen. Hä, hab ich denn überhaupt schon mal eine Mod selber hergestellt oder hab ich die nur gefunden und modifiziert? Ich bin grad echt verwirrt. Ich bin halt grad echt verwirrt, nur modifiziert. Aber ich kann sie herstellen, richtig? Ich kann sie herstellen. Weil ich hab ja den Plan dafür. Hilldale, guten Abend. Du kannst es herstellen. Was zum... Ich hab bei der Modifizierungsstation geguckt, ich hab beim Fabrikator geguckt. Genau. An der Motte selber kann ich's nicht erstellen. Ja, Subnautica ist mega. Gestern hat Isa zwei Mods... Okay, Leute, wo hab ich gestern die Mods für den Cyklop hergestellt? Ernsthaft. Wo hab ich das gemacht? Hinter dir. Hier? An dem Ding? Hä? An der Wand? Ach, an dem Ding? Oh, wow. Okay, ja, lol. Ich hab's halt echt nicht gesehen. Ich hab's halt echt nicht gesehen. Gut. Geschlagene zehn Minuten. Ja, lass mich. Jeder steht mal ein bisschen auf dem Schlauch bei sowas. Nur, euch guckt halt keiner dabei zu. Aber das kann halt schon mal vorkommen. So, dann überlege ich jetzt noch... Was macht denn noch Sinn? Also, Solar würde ich fast sagen, macht nicht so viel Sinn. Ähm, weil wir ja mit der Motte jetzt geplant auf, keine Ahnung, 800 Meter runtergehen können. Da kommt ja eh keine Sonne an und wir haben ja Batteriedinger dabei. So nah nutze ich halt sowieso fast gar nicht. Deswegen überlege ich, das Maschineneffizienzmodul zu machen. Da wird es... Abwärme zur Reduzierung von Energieverlust. Das wäre da eigentlich nicht verkehrt. Ich glaube, das mache ich. Computerchip und Polyanilin. Mhm. So, äh, ja. Wir trinken was. Wir müssen auch gleich was essen. Ähm, das stelle ich hier aus. Gold und Salzsäure. Salzsäure war Tiefenpilz und Salzablagerung. Salz haben wir auf jeden Fall genug. Tiefenpilze hatten wir doch angebaut, ne? Wenn ich mich nicht irre. Wir gehen aber erstmal schnell was essen. Damit wir gleich nicht umfallen. Ich glaube, die anderen Medipacks hatten wir laufend Zykloppen gepackt, ne? Meine ich zumindest. Ah, warte, hier ist eins. Das nehmen wir schon mal mit. Ja, den Rest hatten wir auf den Zykloppen gepackt. Dann nehmen wir uns noch vorhin vorne eins mit. Damit wir das auch dabei haben. Meine Güte, ja, dann hören wir jetzt halt die Nachricht ab. Das ist diese creepige Stimme, die wir schon mal hatten, ne? Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir mit dem einen Ziel gemeint sind. Aber glaubst du nicht, wie oft ich zu irgendwelchen Wracks gefahren bin, um irgendwelche Teile oder Baupläne zu finden? Dieser Docks glaube ich dir sofort bei dem Spiel. Das glaube ich dir sofort bei dem Spiel. Aber wir haben nur vier Stück. Wir brauchen... Oh, wir brauchen genau drei. Puh. Warte, aber reicht das auch jeweils einmal? Ja, okay. Oh, Glück gehabt. Haut genau hin. Ähm... Nein? Aber wir hatten noch eine Lehre dabei. Da, die. Das Spiel hat mich zu einem echten Botaniker gemacht. Na, guck mal da. Äh, so, wie war das jetzt? Wir brauchen einmal Salz und einmal Gold. Einmal Salz und einmal Gold. Pflanzt noch welche an? Ich hab nicht mehr Sporen. Da müssen die jetzt erstmal groß für werden. Damit hätten wir das. Und... Einen Computerchip. Nee, klappt. Tischkoralle, Gold, Kupfer. Ah, ha, ha, ha. Kupfer. Das elendige Spiel. Ja, wir haben kein Kupfer mehr. Wobei wir könnten... Könnten, könnten... Kupfer noch im Zyklopen haben. Äh, aber ich hatte doch mehr als zwei abgeschlagen. Wo sind denn die gelandet? Ach, wir haben auch drei im Inventar. Okay, ich hab nichts gesagt. Ja. 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 So eine Sammeltur hätte auch mal wieder was. Ja, machen wir auch. Machen wir auch. Aber was wir jetzt gerade optimieren können, zeitmäßig, wäre ganz cool. Weil, ähm, dann können wir... Können wir suchen gehen nach dem letzten Signal. Tja. Wo ist das wohl drin? Scheiße. Ich hab echt kein Kupfer mehr. Fuck. Nope. Ich hab kein Kupfer mehr. Chip, schlaf schön, gute Nacht dir. Und Herr Bullox. Hatte damals das Game ohne den Zyklop durchgespielt, da ich die Bauteile nie gefunden hatte. Okay. Ja, wir haben ihn jetzt, aber der ist halt auch mega träge, ne? Und es ist echt teilweise schwierig, den zu manövrieren. Ich sag mal so, wenn wir mit der Motte jetzt auch auf 900 runter können, werde ich wahrscheinlich erstmal einen Großteil der Wege auch mit der Motte machen. Okay. Gäste, guten Abend. Ja, das ist, ähm, ist ein Problem. Oh, jetzt steigt doch da ein, Mann. Nicht den Frachtraum. Weißt du was? Weißt du was? Geht halt nochmal an Land. Was hat das mit Gerste und Isa auf sich? Ich weiß auch nicht. Ich muss so Gerste fragen. Gerste, Gerste will von mir immer nur angebrüllt werden. Ich weiß es auch nicht. So, also wir gehen Kupfersuchen. Aber wo gehen wir Kupfersuchen? Hier haben wir wahrscheinlich so ziemlich schon alles abgefarmt. Ich weiß es auch nicht. Hier einfach mal abwärts. Ich glaube, hier einfach mal abwärts. Ja, das ist schon mal nicht das, was ich suche. Warte. Aber Sandstein war Kupfer, ne? Das war schon mal Gold und kein Kupfer. Kalkstein, okay, ist es nur Kalkstein. Kalkstein gleich Kupfer. Ich nehme natürlich trotzdem alles mit. Daniel, guten Abend. Ich nehme mal hier so nach und nach alles ab. Ja, ja, entspannen Sie sich. Warte mal, wobei, wenn wir jetzt Magnetit haben, können wir, glaube ich, das Stase-Gewehr bauen. Das wäre halt auch nicht verkehrt. Müssen wir gleich mal gucken. Kein Glück. Wir haben bisher nur einen Kupfer gefunden. Kein Glück. Kein Glück. Inventar voll. Ach komm, verpiesel dich, Mann. Weißt du? Weißt du? Komm her. Komm her, du. Faustkampf. Also, Messer. Kampf. Oder so. Jetzt möpper du mich noch mal von der Seite an. Kann man den irgendwie so... Ne, kann man nicht. Was ist denn für ein Messer? Messer gegen Zähne. Genau, so kann man es sagen. Brutal. Was? Der springt mich doch die ganze Zeit von der Seite an. Und will mich nicht in Ruhe lassen. Ich habe mich nur gewehrt. That's it. Äh, das ist die Aurora. Die haben wir schon erkundet. Das ist quasi das Schiff, mit dem wir hier angekommen sind. Äh, das die Landung aber nicht ganz so gut überstanden hat. Gewehrt. Gewehrt. Nicht gemessert. Naja, vielleicht... Mit... Äh, mit gemessere gewehrt. Oder so. Ja, es war eine Notlandung. Äh, ne. Äh, es war eine, eine, äh, missglückte Notlandung. So kann man es, glaube ich, sagen. Und du hast Germanistisch schon... Ja. Aber das heißt nicht, dass ich mich in meiner Alltagssprache immer vollkommen korrekt ausdrücken muss. Schiff explodiert. Ne, es ist halt auf den, äh, die Planetenoberfläche gekracht. Beziehungsweise vermutlich auch von so einem Gebäude, was wir hier schon gefunden haben, ähm, abgeschossen worden. Weil dieser Planet unter Quarantäne steht. Wisst ihr, was wir immer noch nicht gefunden haben, wo ich gerade hier das Kreaturen-Ei sehe? Wir haben immer noch nicht den großen Brutkanister gefunden. Oder diesen, diesen Glaskontainer, den großen. Äh, irgendwo da hinten. Nicht weit weg. Platz habe ich eigentlich noch. Ja, ein bisschen Platz habe ich noch. Wo haben wir denn hier noch Steinchen? Da. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Begrüßt mit mir den reichen Mann ein herzliches Willkommen! Willkommen! Herzlich Willkommen! Stopp! Was? Weltschulden sind Ehrenschulden. Salud, Sanktsaal. Wald, Spaziergang. Fuchs! Hallo, Baby. Hallo, Baby. Ich war draußen. Das kann ich auch. Aber bei mir macht's mehr Bums. Hast du einen Keks für mich? Oh, was? Ich darf in der ganzen Stadt nicht sein? Oh, fuck! Das muss einem halt auch erst mal einer sagen, dass ich hier komplett nicht rumlaufen darf. Ciao! Aua! 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 Nein, nein, nein! Ich... So! Pssst! Pssst! Einfach... Pssst! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Guck dir, wie viele das sind! Fuck! Du schaffst! Du schaffst! Nicht atmen! Nein! Lass mich! Oh Gott, lass mich! Ich... Isa weiß ja nicht mal, wie man unprofess... Oh... Timing! Oh, Timing! Warum muss ich mich jetzt versprechen? Oh, Timing! Wie man un... 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 Professionell buchstabiert! Doch, wie man unprofessionell buchstabiert, weiß ich schon! Ich weiß noch nicht, wie man unprofessionell buchstabiert! Wieso hat diese Isa so ne positive Bilanz? Was meinst du das hier oben? Ja, weil ich das mit der Wirtschaft raus hab! Boah! Scheiße! Ich führe meine Finger nicht! Ja, frag mal Mike, den fehlen zwei! Oh Gott! Ah, DJ Knuddel, guten Abend! Hm, Unkraut! Das ist Un... Warum? Was war das denn? Warum seid ihr euch denn da so einig, dass das Unkraut ist? Oh, du lächelst auch noch! Sie leuchtet nicht mehr, hat sie die Quelle besudelt? Ja, wahrscheinlich. Stufe 11. Och, nö! 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 Wegen Fledermäusen! Wegen fucking Fledermäusen! Ja, die waren kacke! Da bin ich wieder! Ah! Schub! Und, äh, Reed, guten Abend dir und vielen, vielen, vielen Dank für schon 26 Monate! Ich danke dir! Dankeschön! Danke fürs Böbchen! So! Welcome aboard, Captain! Dann... Ähm... Da hin! Bin ich mal gespannt, ob wir jetzt besagtes Signal finden oder nicht! Achso, warte mal! Bevor wir abtauchen, müssen wir noch eine Sache erledigen! Ähm... Hup, hu, 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 hu! So! Jetzt können wir uns kommen! Danke fürs Böbchen! Ähm... Und viel Schlafschön! Gibt es DSF nicht mehr? Ich dachte, das gibt es noch. Steffs, guten Abend. Als Sport 1. Stimmt, die hatten sich ja irgendwann mal umbenannt. Und guten Hunger, Deathrite. Ich hätte jetzt irgendwie Bock, einen Mater aufzumachen, aber ich muss nachher halt auch noch irgendwie schlafen. Ah, ich hebe mir die auf. Das war doch hier, oder? War das nicht hier? Nee, ach kacke, das war nicht bei der Insel, das war bei der... Ach nein, das war bei Laputa, oder? Bei den schwebenden... Die schwebenden Sachen. Das war die zweite Insel. Oh nein, ich bin zur falschen Insel gefahren. Oh, kacke. Was sucht sie denn? Ja, die schwebenden Inseln. Wo das Signal auf 500 Meter Tiefe liegt, das mir noch fehlt. Nun, ja. Nun. Du siehst auch was von mir. Ja, das ist richtig. Wir haben ja diesen Bereich hier bisher so wenig erkundet. So haben wir ein bisschen mehr von dem entspannenden Sound der Motte. Ja, das ist richtig. Ja, aber das ist ja nicht das Signal, wo ich hinwollte, Obelexus. Das, was ich suche, ist ja etwas, was ich noch nicht gefunden habe, quasi. Bei dem 500 Meter Boot waren wir schon. Ich habe nicht Bye. Überall. Entschenwebende Wii U-Die forgot. Ja, das Motor und Geräusch ist mega berühmt. Das weiß ich tatsächlich gerade gar nicht, ob wir Lexus sind, das habe ich jetzt nicht so im Kopf. Oh, leg. So, hallo, 500 Meter Tiefe in einem Bereich, in dem wir irgendwas finden müssen, von dem wir nicht wissen, was. Oh, upsie. Da sind wir gegen den Globus. Gebounced. Oh, Entschuldigung, ich wollte dich nicht wecken. Der Kalamar steht ja nicht so auf Licht, ne? Hm. Hm. Guck mal da. Fick dich. Wo bist du? Hm. Och, weißt du. Wo hast du mich hingeportet? Da. Wo bist du? Da. Oh, wow. Das hat ja toll funktioniert. Aber das hält nur so ein paar Sekunden, ne? Das tötet nicht. Ich möchte was, was tötet. Der portet sich da raus. Ich hätte gern was, was tötet. Die nehmen wir mal mit, falls wir da gleich eine Tür reparieren, öffnen, whatever müssen. Junge. Geh mir nicht auf. Zeiger. Zyklopwärmereaktor. Neh. Wir print. Acquired. Da gehen wir gleich gucken. Da hast du noch ein Messer? Ich weiß nicht, ob man die Dinger messern kann. Oh, was bist du denn? Krebsboarmfragment. Nice. Ach nee, hatten wir schon. Haben wir noch nicht gebaut. Ich dachte, den Boharm hätten wir noch nicht. Geht überall nur bei Whopper nicht. Ja, GG. Oh, guck mal, wie viel Kupfer hier rumliegt. Scheibenkleister. Zwischendurch mal Luft holen jetzt. Ich hoffe, ich übersehe jetzt hier nicht wieder irgendein PDA-Gedöns oder so, dass hier irgendwo rumliegt, dass da unten leuchtet was. Das ist wohl, glaube ich, eine Pflanze, ne? Aber da liegt noch ein Daten. Datenkörperchen. Ja, toll. Hat wieder schon. Ey, Allah, wir kriegen hier echt Beef. Ich sag's dir nur noch einmal. Du bist eine olle Pissnelke. Ihr seht, jetzt habe ich mich nämlich in der Richtung vertan wegen dir. Solches Gewerbe habe ich von nix mehr Angst. Ja, die Whopper sind halt nervig, ne? Aber so richtig gefährlich sind die ja nicht. Hier chiar wird es wieder w Pengen drauf. Das ist doch auch nicht klar. Klopfen, wenn man kann die Luftkw Roth sein. Sie können auch jetzt einfach openness und grenzen. Hm, die geht nicht auf. Man kommt da bestimmt rein. Irgendwo. Hier nicht. Da ist noch eine Tür. Da geht's aber auch nicht rein. Da ist noch eine Tür. Da geht's aber auch nicht rein. Hm. Das ist aber... Ehrlich? Hier geht's rein. Hm. Du bist ein kleiner Ficker. Wo bin ich denn jetzt da rein? Da oben, ne? Da oben. Hier ist es leer. Locked. Oh, geht er mir auf den Zeiger. Das klingt wie so ein kaputtes Internet-Modem zwischendurch. Und noch eine versiegelte Tür. Oh, guck mal, ich kriege gerade die Meldung Willkommen im Chat. Anscheinend hatte ich einen Disconnect im Chat. Also wenn ihr in den letzten zwei Minuten was geschrieben habt, gerne nochmal. Ich bin so nah für den Zyklopan. Hi, Bierchen. Bierchen wolltest du nicht ins Bett? Na, dann mal fröhlich. Es tauchen noch. Minus. Parkrausch, danke schön. Vielen, vielen Dank für drei Monate. Vielen, vielen Dank dir. Merci vielmals. So, wir müssen aber auch mal Luft holen zwischendurch. Na, genau. Oh, komm schon. Komm schon. Nichts Besonderes passiert. Okay, alles klar. Wie soll ich denn? Bei so guter Unterhaltung. Oh. 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 Das macht mich kirre, wenn das alles so mal auf der Seite steht und so, ne? Gippika, guten Abend. Und Sargent schlaf schön. Hier können wir anscheinend nichts losmachen. Aber den Wurfhacken, äh, äh, arm. Das haben wir. Und Vendrix, guten Abend. Ja, toll. Aber hier geht's nicht weiter. Habe ich was übersehen? Ne, oder? Ja, ich hab kein PDA oder so übersehen. Hm, das scheint nicht das gewesen zu sein, was wir suchen. Und dann geht's nicht weiter. Okay. Hier ist doch kein PD-Aimer vom Boden. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber ich muss ins Bett. Oh je, Tim, dann geh schlafen. Ach, scheiße, ich habe gar nicht mehr das Gewehr auf Shortcut. Los, wir zerschneiden ihn mit dem Blaserschneider. Ah, wir verpieseln uns jetzt erstmal von dem. Wenn du morgen früh raus musst, musst du schlafen, das ist halt dann nun mal so. Jetzt sind wir aber auf 400 Meter. Kimiko, guten Abend. Und Tauran, hi. Nope. Kein Bock auf diese Ghost Reaper. Das war der Rand der Welt, okay. Also ist jedes Mal, wenn hier dieses Entering Ecological Dead Zone, ist das jedes Mal das Zeichen dafür, dass man da nicht weiterschwimmen sollte? Flimmschlagschehen. Und Dark Spider, guten Abend. Jupp, okay. Weiß ich Bescheid. Da wollen wir nicht hin. Nein, da wollen wir nicht hin, das ist nicht schön. Aber wir sind jetzt definitiv zu hoch für dieses besagte Signal auf 500 Metern. Aber gut, wir können es ja trotzdem ein bisschen umschauen, was wir hier noch so finden. Oh, dann wird er aber eng. Da ist halt auch nichts. Hast du auch ein Signal eben gehabt? Nee. Warte mal. Wir haben Fleisch, weißt du, den Sandteil haben wir vorhin gescannt. Magnetit und Tote Zone. Ähm. Und Mad Tin. Danke dir fürs Vollumastik. In der Tote Zone gibt es auch noch eine Sache zu tun. Leviathan Scan. Meinst du, bist du des Wahnsinns? Ich gehe an die Dinger doch nicht näher als auf 300 Meter Entfernung ran. No. Die sollen da mal ihren Shit machen. Das interessiert mich nicht. Bitte nicht erschrecken. Warum denn erschrecken? Was ist denn los? Oho. Vorsicht. Ich war ein Gag. Wir müssen gleich mal die Motte reparieren. Ja, ich weiß doch, Spider. Das habe ich, äh, habe ich auch schon in Erfahrung gebracht. Ach, guck mal, da sind wieder die, ähm, die netten Leviathan. Wie war das? Äh, die, äh, die Aussage war doch, die können irgendwie Mineralien aufwühlen, ne? So, Mineralien freilegen. Machen sie das tatsächlich? Oh ja, guck mal. Ja, guck mal. Überall, wo sie langlaufen, sind Steine. Oh, wie cool ist das denn? Folge ihnen und du hast kein Rohstoffproblem mehr. Ja, aber kack mir nicht auf den Kopf. Danke. Nein, wir sind voll. No, no, no. Oh, ich will doch nicht voll sein. Sunset Rose, guten Abend. Seatrader. Weißen die so auf Englisch? Wand, äh, Seewanderer hießen sie auf Deutsch, glaube ich, ne? Seewanderer. Zumindest von bestimmten Ressourcen hat man dadurch eine unendliche Quelle. Das ist echt gut. Das ist echt mega gut. Ähm, ich hieß alles voll. Ja, verdammt. Ähm, aber eigentlich müssen wir auf 500 Meter runter. Und dann hier irgendwo bei den Bubbles. Äh, warte mal, wo ist La Pute? Wo ist denn unsere Boje? Ja, also eigentlich müssen wir ja wieder so ein bisschen was in diese Richtung. Warte nochmal, aber ich hab noch nichts. Ne, ich hab kein neues Signal gefunden. Das fehlt uns immer noch, was auch immer. Voll bin ich schon lange. Verdammt, es ist Freitag. Naja, Freitag ist auch immer das doch. Ähm. Ich hab aber, äh, Frage an den Chat. Äh, ich hab aber jetzt gerade da, bei dem Brack, wo wir gerade waren, hab ich jetzt nix übersehen, oder? Also ich meine, ich hab halt drei Datendinge gefunden. Aber das war halt alles Zyklopenbaupläne. Aber das ist halt auch echt groß hier. Müsste alles haben, okay. Dann müssen wir noch weitersuchen. Dann müssen wir definitiv noch weitersuchen. Tja, aber wo? Aber wo, aber wo? Aus dem Brack. Na, und ums Brack herum? Hab ich ums Brack herum was übersehen? Also direkt in dem unmittelbaren Umfeld? Aus und um das Brack. Okay. Sehr gut, dann haben wir das. Aber wir sind damit immer noch nicht durch. Das heißt, wir gehen nochmal hinab. Und gehen mal in diese Richtung hier. Und gehen mal in diese Richtung hinab. Ich bin einfach nicht durch. Nee, 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 nee. Das habe ich so auch nicht verstanden. Fuck. Wie lange dauert das, bis die... Danke, nicht so lange, alles klar. Der Kalamar hat sich gerade ein bisschen gestört. Gefühlt, das kommt halt leider vor. Aber geil, dass dann halt auch so instant die Meldung kommt. Schwimm mal an die Oberfläche. Ja, klar. Ich schwimme jetzt 1200 Meter an die Oberfläche, weil der einmal geblitzt-dings hat. Nö. Kugelfuchs, danke schön. Vielen, vielen Dank für 13 Monate. Dankeschön. Uraninit. Genau. Uraninit. Tja. Oh, da ist noch mehr Uraninit. Oder? Nee, das ist ein Kreaturenei. Das sieht ja abgespaced aus. Okay, seriously? Nein, das ist voll groß. Aber das nehmen wir mit. Das sieht witzig aus. Wer weiß, was da drinsteckt. Oh Gott, nicht, dass wir uns dann einen... Hi, Verzeihung. Kalamar ausbrüten. Oh wei, wir haben bestimmt... Das war bestimmt die Kalamar-Mama. Wir haben ihm gerade das Ei geklaut. Oh Gott. Oh Gott. Zu mir leid. Oh Gott, es ist zu mir leid. Springen wir da. Komm schon. Hey, ich brauche einen Ausgang. Oh. Oh. Mach mal das Licht aus. Was ist das? Lol, was ist das? Lol. Ich habe extra das Licht ausgemacht, damit der Kalamar sich nicht angepisst fühlt. Gewell. Keine Ahnung, der war es. Alles ist gut. Genau. Wubbel dich woanders hin. Nicht hier hin. Nee, woanders sollst du dich hinwubbeln. 急 reagier. Genau. walk. Weil wir wetten, das war ein Ei von dem Und der ist jetzt pissig Er ist fuck Entspannen Sie sich, mein Herr Meine Dame, Verzeihung Oh Gott, oh das war ein Teleporter-Ei Und dann hast du so einen Sack bei dir zu Hause Jedes Mal, wenn du schlafen gehen willst Bordet er dich zurück an die Kaffeemaschine Oh Gott Was ist da rein? Aber der wubbelt da vom Eingang rum Oh, das sind glaube ich zwei Hier ist zu Da ist auch zu Muss hier irgendjemand rein Wieder rein So, hier drin kann er mir ja nichts tun Oh Ich mache ja schon aus Näh, näh, näh Hör mal auf zu Meckern Wer hat er beim ersten Mal die Morde zerstört? Oha Das ist ja nicht so cool Okay Ich zippe mal Das waren die zwei Sachen, die ich brauchte, ne Das waren Chat, das waren die Sachen, die ich brauchte Richtig, um weiterzukommen in der Story Ich frage Nur damit ich weiß, wie lange ich noch hier unten drin bleiben muss Hat der mir gerade die Morde zerlegt? Nee Oh, da ist noch eine Vorsicht Ja, war es Okay, sehr gut Dann Versuche ich jetzt erstmal nach oben zu kommen Dass wir uns hier kurzzeitig mal aus diesen Meine Güte Die sind aber auch zickig Ich sag's euch Das sind richtige Diven Ich weiß noch gar nicht, wie ich hier wieder rauskomme Entschuldigen Sie Haben Sie den Ausgang gesehen? Oh, Uranini Da unten ist noch was Wichtiges Aber nicht in dem Gebäude, wo ich gerade war, oder? War nicht alles Dammit Ich will da aber nicht nochmal rein Der geht mir hart auf den Zeiger So, ich parke die Morde jetzt mal hier unten Ja, nein, vielleicht, genau Also hier ist noch irgendwas drin, ja? Was ist denn hier noch drin? Oh Zweite Etage Wie komme ich da hin? Da ist noch ein PDA Danke, dass ihr mich nochmal zurückgeschickt habt Gechillt Äh, ich bin ja auch noch nicht fertig Ich hab noch nicht mehr so mega viel Sauerstoff Ach Junge Man, jetzt chill doch mal Es ist ein fucking Licht Ich bin gleich wieder weg Dann kannst du weiter pennen Dammit Wir müssen eh nochmal Luft holen Komm schon Na komm schon Das ist die Snackpause in der Motte Ich glaube, bei Daten ist das nicht wichtig Winnie Ich glaube, Daten sammelst du so oder so ein Ja, hier ist nichts mehr Weil das Overlay gemäckert hat Achso Ah, dann war das bestimmt was, was ich schon habe Und, ähm Also planmäßig so Und, ähm Dadurch hätte ich Titan bekommen Und das Titan konnte ich halt nicht mehr mitnehmen Na, jetzt geht Da Was ist das? Kann ich nicht scannen Noch ein PDA Lesen wir gleich alles in Ruhe Oh, eine orange Metafel Und noch ein Kreatorei Ja, tut mir leid Wir müssen die Kacke hier lassen Ähm Mikroskop Probenanalysator Flüssigkeit Das ist für uns uninteressant Oh ja Ich wollte einmal kurz durchleuchten Ob ich was vergessen habe Ich bin hier aber auch so Gubbel, gubel Durchs Fenster durchgucken Ah, schön Ja, gut Lassen wir ihn, würde ich sagen Äh, wo war der Ausgang? Schwebst du Sack jetzt direkt neben dem Ausgang? Ich glaube die Kalamare sind auch ganz oben auf der Nervigliste Wenn nicht sogar Platz 1 Ich weiß nicht, habe ich nicht eher die Warp auf Obwohl, ja, das mit dem EMP ist schon echt kacke So Jetzt habe ich alles, ne? Richtig? Sehr schön Dann ab, ab, we go Wenn ich den Ausgang finde Kacke könnte es somit Ja, nee Die Kacke lasse ich jetzt, wo sie ist Ich muss halt hier erstmal den Ausgang wiederfinden Ich glaube, da sieht es ganz gut aus Da geht es auf jeden Fall hoch Ich erahne sonnenlich Ich erahne sonnenlich Ja, ich erahne sonnlich Ich erahne sonnlich Ich mag das Spiel. Es ist schon ein sehr, sehr gutes Spiel. Ich mag das Spiel. Ich mag das Spiel. Ach ne, ich muss erst Inventar lernen. Erstmal das Inventar lernen, dann essen. Und dann PDAs lesen. Äh, das passt da rein. Das sieht ja witzig aus. Ob wirklich in einem von denen ein Teleporter sitzt und in einem von denen ein Kraken? Bei den beiden Eiern hab ich das Gefühl, wir sollten sie vielleicht abseits aller anderen ausbrüten. Ist aber nur so ein Verdacht. Nein, 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 du gehörst da nicht rein. Auf Englisch heißt das kleine IQte Fischeck. Das kleine hier. Nein, ist das der Knuddelfisch? Ist das der Knuddelfisch? Okay, den müssen wir ausbrüten und definitiv weg von dem anderen Ei, weil das andere Ei ist, glaube ich, das Böse. Das andere Ei ist, glaube ich, das Böse. Was auch immer. Entweder ein Porter oder ein Kraken. Aber es ist das Böse. Und Fabu, willkommen bei den Flausche-Fübsen. Viel Spaß mit den E-Mods, die ich danke dir. Danke für die Unterstützung. Es freut mich. Freut mich, dass es dir gefällt. Alles wieder im grünen Bereich. Ich habe mir auch so einen ausgerührt und das ist so süß. Ja, ich kenne die halt. Ich kenne den Knuddelfisch, kenne ich halt, weil das ist so ein Clip-Denken halt ja auch mal rum. Mit diesen Fischis. Mit diesen Knuddelfischis. Ähm, so, aber wir wollten, äh, PDAs lesen. So, was haben wir bekommen? Überlebende, der die Gase haben wir bekommen. 7, 8, 9. Und nochmal Paul Torgal. So, die Krankheit. Geometrics would have warned us if we were sick. Es ist etwas Neues. Es ist nicht in der Datenbank. Kommt, dann. Was wird es tun? Wir machen uns insidisch? Wir machen uns insidisch? Es ist eine Aliein-Bakterien. Es ist überall. Every Organism auf diesem Planeten. Es ist altering unsere Genetik-Code. Wie sind die Kreaturen, wenn sie infectiert sind? Ich weiß noch nicht. Wollen wir mal ein paar von ihnen öffnen? Find out was macht sie tick? No, just tell me what you need, son. Materials? Equipment? Just, can I have some quiet? I need some time to think. Kabo, danke dir. Vielen, vielen Dank. Kammernau, hab ich dir nicht guten Abend gesagt? Guten Abend, ja. So, Nummer 8, Risikobereitschaft. Margaret, Mater, hat Bord in the Habitat. Was sind Sie so glücklich mit, Mater? Sag, Kind. Ich bringe dich etwas. Ist das ein Leviathan? Outside. Toad at home, auf der Brüse des Sub. Du hast das Ding? Es ist noch nicht so. Ich war, dass ich den Job fertig war. Aber ich kann dich in Chat, wenn du möchtest. Nein? Dann mach dich selbst sinnvoll und pass mir das harten Blatt. Sind Sie aus Ihrer Meinung? Du hast das Ding hier gebracht? Was, wenn es nicht so tot, wie es sieht? Was, wenn andere kommen? Du möchtest, es wurde kürzlich und kam von eigenem Akkord? Oder es wurde verbrannt und hier gedrückt? Die Frage ist, was für einen Leviathan sie angeschleppt hat. So, und wir haben dann noch die Nummer 9, die Katastrophe. Ich habe es mit dir gehabt, rischend unsere Leben. Oh, Stoic, Chief. Das Kind kann nicht diese Krankheit, ohne Fisch zu studieren. Ich bringe ihn einfach nach Hause. Was? Tell her. Tell her I'm right. Du bist beide wrong. Marguerite, ich kann nicht herausfinden, wie sie resisten die Bacteria, wenn du sie alle schlauchst. Es ist nicht immer sie oblige, in kommen in alive. Das heißt, du bist schrecklich. Vater, das Ergebnis ist besser, wenn wir in hier holen und nicht rausgehen können. Aber wir müssen eine Mittelweg finden. Es ist kein Kompromiss. Nicht während sie auf meinem Seabase. Ihr Seabase? Ich gehe raus. Bart, Torgal, hat disembarkt die Habitat. Bart, komm in. Es ist gefährlich. Dammit, boy, ich wusste, dass du mich hörst. Bart, Torgal, komm aus der Radio und put on your helmet. What? Brace! Hm. Da hat der Leviathan angegriffen. Der war wohl doch nicht ganz so tot. Und, ähm, Paul Torgal, Aufzeichnung Nummer 3, das Ende. Er kam aus nowhere. An alien kraken, bigger than a Cyclops. Tore a hole clear through the reinforced hull. I barely got my breather in time. I told her. I said others would come. The rupture threw me clear of the habitat. And the monster turned and bore down on me. Just as its tentacles came within reach, neither appeared out of nowhere. She had a sea glide in one hand, a jagged piece of scrap metal in the other. She meant to butcher that beast or die trying. I mean, the last I saw her, she had the metal lodged in its neck as the monster did its best to shake her, contorting off into the darkness. I'm certain she got her wish, one way or another. Then, I thought I saw a light deep below me. I hoped maybe Bart had swum clear. I followed it. Now, I wonder whether I saw anything at all. Our oxygen is low. The habitat is gone. I can't see the sky. Something surely has the scent of my blood. Hm. Das klingt nicht gut. Aber was meint der mit dem Licht, war da unten? So, die hatten wir auch erkundet. Aber wir haben kein neues Signal freigeschaltet dadurch. Also inwiefern bringt uns das Story mäßig weiter? Es sei denn, wir sollen nach dem Licht suchen. Oliver, sehr gerne und schlaf schön. Gute Nacht dir. Gibt nur noch Hinweise. Okay. Dann, Hinweis zum Signal? Inwiefern? Ein Signal haben wir halt nicht bekommen. Aber wir haben halt, wenn man Story mäßig sich das durchliest, scheint da, wo wir eben waren, unten noch irgendeine Form von Licht gewesen zu sein. Das heißt, wir müssten da nochmal hin und weiter nach unten. Hammernau, schlaf schön. Oh, das ist ja geil. Let's auf, während wir schwimmen. Andern Duscher, schlaf schön. Okay. So, das Sonar haben wir gefunden. Und ein Wärmereaktor. Da, was brauchen wir dafür? Fünfmal Glas und zweimal Titan. Und ein Wärmereaktor. Zwei können wir leider nicht direkt bauen. Aber immerhin... Hier geht niemand weg. Wie, was? Wie, wo? Und sanft... Manche Menschen möchten schlafen. Weißt du? Ach Mist, ich hab mein Konstruktionsding, sieh in der Motte. Schlaf was? Na, das Ding mit in die Waage, rechten Augen zu. Ich mach das immer von der Decke. Ich mach das immer von der Decke. Wenn du dich so wohler fühlst. Wenn du dich so wohler fühlst. Na, wo ist es denn? Und, wo ist es? Wö, wo ist es? Wö, wo ist es? Oha. Wow. They may also be studying you. Das macht ja mega Mut. Oh fuck. Gott, ich mag das, wie positiv unsere KI ist. Nicht. Wie komme ich denn da jetzt dran? Oh, ich muss eine Luke bauen. Ja okay, das macht auch irgendwie Sinn. Und Level-Hack, guten Abend. Und Haituki. Warte mal, kann ich denn schon eine Luke bauen dafür? Sag mir nicht, ich hätte die Luke noch extra scannen müssen. Jetzt muss ich eine Luke hinzufügen. Einfach die normale, okay. An welcher Seite, boah, strom geht die denn? Gucken wir mal. Luke, 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 Luke. Oh, Mist, die Tarn. Ähm, bin ich mir nicht so sicher, Toki, weil... Was ist mal hier mit dran? Weil ich nicht genau weiß, was das Spiel als nächstes von mir möchte. Das ist der Knudelfisch. Oh, das ist ja Sosho. Guckt euch den an! Guckt euch den an! Guckt mal! Guckt mal! Der sieht ja so schon voll süß aus. Im Ei. Wie lange der wohl zum Schlüpfen braucht? Ist der süß! Mama? Das ist kein Fischstäbchen! Ich bin gespannt, wie lange es braucht, bis es schlüpft. Aber wir setzen jetzt erstmal nichts anderes mit rein. Weil ich möchte nicht, dass was auch immer aus den anderen Eiern schlüpft, den kleinen aufnommst. Wir brüten den erstmal aus und dann kriegt der ein extra Aquarium und dann, ähm, können wir die anderen Eier hier reinschmeißen. Das ist ein Haihappen! Muhaha! Nein! Das ist kein Haihappen. Das ist jetzt unsere Gesellschaft hier. Fische sind Freude, kein Futter. Ganz genau. So nämlich. Okay. Also. Korrigiert mich bitte, wenn ich falsch liege. Aber wenn ich jetzt so die Sachen durchlese, die wir bisher durchgelesen haben, würde ich sagen, wir müssten uns nach Nummer 3 das Ende richten. Und da, wo die dritte Base war, weiter nach unten gehen, weil da irgendein Licht tief unter ihm war. Sehe ich das richtig als Hinweis? Daraus kann man sich ein gutes Schlemmerfilet machen. Ey! Lassen Sie das! Eine Hirnkoralle? Meine Blubbles! Du bist auf einem guten Weg. Okay. Immer tiefer, alter Schwede. Ja, dann gucken wir mal. Noch tiefer an dieser Stelle. Puh! Äh, nee, warte. Erstmal. Äh, Verwirrung. Ja. Und dann Struktur. Jetzt hat er, hat der Reginald auch es gedient. McPlyer auch. Ja. Entschuldige mal, aber gegen sowas kannst du halt auch nicht anstinken. Gegen sowas Kleines mit Glubschiaugen und so. Du hast einen Hinweis, der eigentlich alle Infos bereitstellt, die du brauchst. Ich habe einen Hinweis, der alles... ie Kopf-A puntest, den mit Glubschiaugen und so. Halber Kilometer, 500 Meter tief, da ist was, was nicht da sein sollte. Hmm. Hm. Wir haben nur noch einen Nährstoffblock. Das ist für meinen Geschmack entschieden zu wenig. Jetzt haben wir noch das Thermalmesser, ne? Um uns kleine Fischis zu grillen. Entschuldigung, ich habe ja meine Mutter im Fahrdingens gepackt. Ja. Wir waren jetzt auf 500 Meter. Mit dem Zyklopen waren wir, glaube ich, schon mal auf so 600, 700 Meter. Aber es war nicht so nahlich erfolgreich. Da ist die Kamera. Wo ist die andere Insel? Wo ist Laputa? Bin ich blind? Eigentlich möchte ich gar nicht nochmal zu den Kraken, weißt du? Die Kraken sind schon echt nicht so cool. Die sind halt echt nicht so cool. Ja, ja, genau. Diese Kraken unter der Insel, die auf Licht so empfindlich reagieren. Dann gucken wir mal. Bis 900 Meter ist okay. Jetzt gucken wir mal, wie tief wir kommen. Oh, Reggie. Lass mich erschrocken. Dankeschön. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank für den Raid. Guten Abend, ihr Lieben. Was habt ihr heute gemacht? Äh, Level, ups. Levelhack. Danke dir fürs Follower. Hast du gemerkt? Und hey, easy. Okay. Jetzt ist Isa wieder wach. Ja. Ja, ja, ja. Muss nur finden, wo es weiter runter geht hier. Was Isa heute gemacht hat? Fische überfahren? N-nein. Ja, hallo. Also heute war der Schnitt von überfahrenen Fischen echt niedrig. Command & Conquer hat drei Teile angespielt. Dann Stardew Valley Coop und ein bisschen Arkt zum Ausklingen. Das klingt gemütlich. Das klingt gemütlich. Ups. Das war ein Globus. Verzeihung. Ja, ich sehe auch ein Licht. Das sind aber Säureseen. Hat er das mit dem Licht gemeint? Ich hoffe ja nicht. Auf jeden Fall geht es hier weiter runter. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Beim letzten Säuresee war ein Leviathan. Die sind halt so hübsch, ne? Bei der Basis waren wir schon. Was ist das denn? Was zum fuck? Egal, was es ist, ich speichere erst mal. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Das ist ein verdammt großer Kopf. Das sieht aus, als wäre der Kopf größer als von einem Reaper. Oh no. Oh no. Gut, dass ich das Licht ausgelassen habe. Oh, altes verstandete Skelett. Ich weiß auch nicht, was er kommt. Ich weiß auch nicht, was der Kalmar da macht. Mir auf den Sack gehen wahrscheinlich gleich. Forschungssonden. Nein. Ach, kacke. Das wollte ich nicht. Das wollte ich. Fremde Daten. Daten aus Scans. Forschungssonden. Die besondere Lage und die Vorderseite dieser fremden Geräte weisen darauf hin, dass es sich um eine Art Sonde oder Sensor handelt. Ihr Untersuchungsobjekt scheint das gewaltige Skelett in der Mitte der Höhle zu sein. Das verbundene Kabelnetzwerk könnte zu einem entfernten Kraftwerk oder Datenknobe führen. Beurteilung. Untersuchen. So, und wir haben hier Oh, altes verstandetes Skelett. Das Skelett eines Millionen Jahre alten gepanzerten Fleischfressers. Hochrechnungen ergeben, dass diese Art weitaus größer gewesen sein könnte, als jede andere, die bisher auf dem Planeten entdeckt wurde. Die Ozeane dieser Zeit müssen völlig anders gewesen sein, um Tiere von dieser Größe zu versorgen, mit mehr offener Geografie und viel mehr Lebewesen in Leviathan-Größe. Oha. Also haben wir es quasi bisher noch mit den kleinen Varianten zu tun bekommen. Ich verstehe. Ja. 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 Oh je, ist gut, dass ich die mitgenommen habe. Ich hoffe, die Motto passt durch die Tür. Ja. Was zum... Okay, ich glaube, wir scannen mal gerade eine Runde. Verschiedene Leviathan-Fossilien. Kann ich aber nicht alle einzelnen anscheinend scannen. Das ist alles... Ja, machen wir gleich. Alter, für Pflanzenproben. Aber Isa hatte recht, bei den Säureseen gibt es Leviathan-Fan auch tot. Ja, das kann man ja schon nicht mehr Leviathan nennen. Das ist ja... Das ist ja die XXL-Variante. Das ist ja der große Bruder vom Leviathan. Ah, noch ein Wurbelchen. Klauentang, eine Tangart mit blauen Spitzen, die dazu neigt, in den säurehaltigen Sohlebecken auf dem Meeresboden oder deren Nähe zu wachsen. Diese Sohlebecken sind für die meisten Lebensformen schädlich. Aber der Klauentang hat ein dickes, starres Wurzelsystem entwickelt, das dieser Umgebung widerstehen und die empfindlichen blauen Nährknoten über die Oberfläche der Sohle heben kann. So, hier haben wir noch verschiedene Fossilien. Diese Fossilien stammen wahrscheinlich von den urzeitlichen Vorfahren der Leviathane, die heute auf dem Planeten leben. Die relative Größe und Beschaffenheit der Knochen legt nahe, dass sie einen Teil des Gehörgangs oder eine andere komplexe innere Struktur bildeten. Was? Die Dinger, die hier lagen, sind ein Teil des Gehörgangs? Da muss das Fier so groß gewesen sein wie der halbe Planet. So, Forschungsausrüstung, ein großer, labortisch und dazugehöriger Scanner enthalten Technik, die weit über unser derzeitiges Verständnis hinausgeht. Hypothesen, Instandhaltung der Ausrüstung, Versorgung des Personals, Analyse von Proben, Genmanipulation von Proben. Und fremde Pflanzenforschung, in Stase gehaltene örtliche Pflanzen. Die Fremden wollten offenbar ein umfassendes Wissen über das Ökosystem des Planeten erlangen, das zur Unterstützung der Forschung an lebenden Exemplaren notwendig gewesen wäre. Wir haben noch ein Wubbelchen bekommen. Dankeschön. Ich hab dich gesehen. Ist hier noch mehr? Welcome aboard, Captain. Daten über die Fortpflanzung in der Tierwelt. Umfangreiche fremde Forschungsdaten über die örtliche Tierwelt mit einem besonderen Schwerpunkt auf ihre Fortpflanzungsmethoden. Kernaussagen wurden zusammengefasst. Die Fremden fanden heraus, dass die Tiere auf diesem Planeten nur ein Geschlecht haben. Sie beobachteten örtliche Organismen bei ungeschlechtlicher Fortpflanzung. Alle untersuchten Individuen waren zu Ei ablagefähig. Normalerweise benötigen die Eier genetisches Material eines zweiten Individuums ihrer Tierart. In seltenen Fällen wurde nur ein Elternteil benötigt. Die evolutionäre Mutation wurde dann durch die Auswirkungen der Umwelt selbst ausgelöst. Die Forschung scheint sich auf die Brutbedingungen und genetische Unterschiede zwischen den Eltern und Nachkommen konzentriert zu haben. Äh, was? Achso, das sind die Dinger. Ich wollte gerade sagen, was macht denn hier so einen Sound? Ähm, okay, aber das scheint es hier gewesen zu sein erstmal, ne? Ich habe jetzt auch nicht gesehen, wo diese Leitungen sonst so hingehen. Ich glaube, das war's. Ich könnte mal hier oben gucken. Vorsicht, da hinten ist der kleine Tendakelmann. Oh, ich glaube, das war's hier im unteren Bereich. Lass mich in Ruhe. Ach, nö. Ritzelwürmchen. Ich habe keine Lust auf Ritzelwürmchen. Ähm, und Matze Blue. Danke, die fürs Follow-Maste gemütlich. Guck mal, der tötet halt auch die kleinen Fische, die den berühren. Geh weg! Ich mag dich nicht! Boah, jetzt folgt der uns halt, weißt du? Ja. Der Fisch ist fertig. Ja. Den gehen wir uns auch nachher noch angucken. Aber erstmal muss ich jetzt wissen, wo ich hier weitersuchen muss, so. Story-technisch weiter runter ist gerade schwierig. So, wisst ihr? Weiß halt auch nicht, ob ich jetzt hier in den falschen Bereich reingeschwommen bin, ist das Problem. So, von da kam ich ja, oder? Oder? Nee. Wo bin ich denn jetzt? Was sind das hier für Dinger? Eine Feuerkoralle. Und eine Salzrose. Kann ich die mitnehmen? Aber ich bin nicht so nah an die Säure. Nee, so nah trau ich mich nicht an. Wieso schlaf schön? Ja, ein paar Module habe ich schon. Sie ist ja hier unten. Wir haben das Tiefenmodul drin. Auf Stufe 3. Und eine Panzerung drin. Apropos Panzerung. Ähm. Und ich weiß gar nicht, was noch drin war. Ein Kofferraum. Ach ja, und die Energieeffizienz gepusht. Nee, ich habe keine Lust die ganze Zeit auf diese Krakendinger. Ich folge jetzt hier diesem Säurefluss. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Ich folge mal dem Säurefluss. Was zum Henker. Sind das Rippen? Nee, kann ich nicht scannen. Nein, geh weg. Nein, 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 nein. Motte? Wo ist meine Motte? Ich bin blind. Lass meine Motte in Rudupipi. Die Flussstreuner. Komm schon. Oh Gott, guck mal. Schau mal den Kopf da hinten an. Fuck, die Dinger werden ja immer größer. Reed, schlaf schön. Gute Nacht dir. Holy moly. Ja, zum Glück. Nein. Hi, Matze. Oh Gott. Pack mal die Wörter da hinten als Größenvergleich. Ich mache gerade überhaupt nichts. Ich verstecke mich gerade vor dem Geist Leviathan da oben. So, warte mal. Wir haben die Feuerkoralle gefunden. Oh, das sieht halt aus, als käme der Nähe, aber der ist trotzdem noch da hinten. Okay, da fließt Lava durch die Koralle. Meer. Was haben wir hier noch gefunden? Bleibt bloß da hinten. Salzseerose. Diese an Seerosen ändernden Pflanzen haben sich daran angepasst, die relative Dichte, ich lenke der da hinten voll ab, ne? Der saure, der sauerhaltigen Sohlebecken am Meeresboden zu nutzen, um sicher auf deren Oberfläche zu schweben. Rankenartige Wurzeln reichen tief in die Sohle und ziehen wertvolle Salz und Mineralien aus dem Wasser. Ist doch nur ein Baby. Am Arsch ist das nur ein Baby. So, den Flussstreuner haben wir gefunden. Der sieht halt echt creepy aus, ne? Wie ist die Bedrohung von dem? Meiden. Schnelles, äh, ein schnelles, bewegliches Raubtier, das in großen Tiefen entdeckt wurde. Und dann haben wir halt das gigantische Fossil. Die versteinerten Reste eines ausgestorbenen Superraubtiers. Die schiere Größe hätte es ihm unmöglich gemacht, in einen solchen geschlossenen Bereich vorzudringen, was darauf hinweist, dass sich die Geografie des Planeten in der Umgebung im Laufe der Zeit verlagert hat. Ein wahrer Spitzenpredator. Alter auf etwa drei Millionen Jahre geschätzt. Die Ausmaße des Gerippes sind ein Hinweis, dass diese Tierart ein aalartiges Erscheinungsbild hatte. Berechnungen ergeben, dass dies nur das vordere Drittel des Exemplars ist. Die Überreste bilden nun die Grundlage für ein lebendiges Bio-Cherub. Hinweis, eine Reihe von präzisen, eckigen Vertiefungen auf dem Gerippe sind ein Hinweis darauf, dass in der Vergangenheit immer jemand anderes Proben von dem Exemplar genommen hat. Okay. Ich fürchte halt, dass wir da lang müssen. Ist da? Hier vorbei. Gibt es morgen Bettwurst zum Frühstück? Was? Hä? Wie Medwurst. Was? Weiß halt nicht, wo wir hier lang müssen, ne? Oh, was ist das? Ne, doch nicht. Das sah nur noch was aus. Warte mal. Aber hier waren wir doch schon. Das ist doch das, wo wir schon waren, richtig? Ja, das ist das, das ist der Bereich, wo wir schon waren. Mist, jetzt bin ich im Kreis geschwommen, oder was? Ich bin gleich erstmal gescannt, so lange gehe ich da nicht ran. Dann bin ich ja instant rip. Hier sind auch überall noch Knochen. Hier sind auch überall noch Knochen. Was übersehe ich denn? Hier muss es doch noch irgendwo anders weitergehen, oder nicht? Schmonthei, guten Abend. Und dann bin ich gerade. Nee, da komm ich wieder hier raus. Hm, nicht sicher, wo ich lang muss. Na, aber ich kann ja nicht nur mit dem Stase-Gewehr auf das Vieh losgehen. Kannst du wieder ins Helle? Na, aber ich muss ja zumindest rausfinden, was ich hier machen muss. Ja, aber ich kann ja nicht nur mit dem Stase-Gewehr auf das Vieh losgehen. Jetzt hat er mich halt gesehen. Mann. Ich möchte, dass der weggeht. Da komme ich halt her, ne? Aus der Eröffnung, glaube ich. Komm ich da her? Komm ich da hinten her? Vielleicht komme ich auch da hinten her. Da geht es nämlich weiter runter. Oh, Entschuldigung. Hallo? Was ist denn das hier alles? Oh, ich habe mich selbst gemottet. Oh, hier ist voll heiß. Oder? Die Anzeige sah gerade so aus, als wäre mir jetzt sehr heiß plötzlich. Seedrachenskelett. Achso, oder das war wegen dem Dampf da unten. Entschuldigung. Ja, wir sind schon wieder. Wir sind schon wieder. Alles tut die. Oh, wow. Da hinten leuchtet noch irgendwas blau. Da geht es auch noch weiter. Alter Verwalter. Ich muss mich gleich mal um Essen kümmern. 60 Grad Wassertemperatur. Süß. Kann ich den? Nee, die kann ich nicht scannen. Okay. 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 Was ist geht denn? Ja, gucke ich gleich. Ich will mich aber nochmal kurz hier unten umgucken. Okay. Kann ich die Dinger hier eigentlich essen? Ich weiß halt nicht, ob ich die von diesen Fischschwärmen da essen kann. Okay. Ich glaube, die sind nicht essbar, oder? Dann haben wir nämlich ein Problem langsam. Oh, was ist das denn? Das sind keine Säure-Säen. Oh. Wir sind bei... Ich habe das gar nicht gemerkt. Wir sind bei 900 Meter einfach mal angekommen. Was ist das denn? Ein riesiger Lebensbaum. Das ist ja schön, ja. Was ist das hier unten? Ist das jetzt Säure oder irgendwas anderes? Das ist Wasser im Wasser, quasi. Hier ist ganz viel kristallines Oraninid. Was ist das hier noch? Magnetid. Das vor dir ist ein Lebensbaum. Dankeschön. Danke. Danke. Mega hübsch. Okay. Ob man sich davon ein Stück abschneiden kann. So Pflanzenproben mäßig. Soll ich das mal versuchen? Oh Gott, er ist eigentlich viel zu hübsch dafür, aber ich will es testen. Nee, okay. Pflanzenproben kann man sich davon nicht nehmen. Okay. 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 So, wir speichern mal. Hier hast du deine Basis gebaut auf 900 Meter Tiefe. Was? Soul at work. Danke dir. Vielen, vielen Dank für deinen Sub. Und willkommen bei dem Flauschefübsten. Viel Spaß mit den Emotes dir. Danke dir. Die Unterstützung. Freut mich, dass es dir gefällt. So ein bisschen aufpassen, ne? Weil wir natürlich jetzt von der Höhe her echt im kritischen Bereich langsam sind. Geht's da noch weiter runter? Was war das? Was war das? Das waren die Rochen, oder? Was ist das hier? Ah, da war ich nicht da. Lava. Ist überall Lava. Oh, krass. Okay, das gucken wir uns heute nicht mehr an. Ja, ja, ich bin auch vorsichtig. Wollte nur mal gucken. Wir sind auch langsam echt kritisch, was Nahrung und Trinken und so angeht. Deswegen, ähm, wollte ich gerade nur mal spingsen, aber es ist spannend zu sehen. Es ist echt spannend zu sehen, was hier unten noch alles kommt. Also haben wir hier quasi so einen sehr, sehr ruhigen Bereich beim Lebensbaum. Wie halt wirklich schön gemacht ist, ne? Und darunter kommt nochmal irgendein Lava, Lava-Bereich. Ich kann schon verstehen, warum du hier deine Basis hast, Austauschschritte. Das ist halt von der Lage dann auch echt gut, ne? Wenn man da weiter runter muss. Züttelchen schlaf, schön gute Nacht dir. Wobei ich das hier fast zu schön finde, um da meine Basis zu bauen. Weißt du, das sieht so... Das will ich gar nicht anfassen. So, das möchte ich in Ruhe lassen. Das ist so schön. Was ist denn mit dem Ruchen da falsch? Der hat irgendwie einen Drehbohr. Ähm. Also vielleicht so da im hinteren Bereich könnte man sich überlegen, noch eine Basis zu bauen. Aber wie man hier mit dem Zyklokmonter kommen soll, ist mir auch ein Rätsel. Das ist, äh, gehört schon... Also ich wüsste nicht, wie. Aber was wir jetzt noch machen... Wir gucken uns jetzt noch dieses komische Konstrukt da hinten an. Wir bauen... Ne, wir bauen heute kein Haus mehr. Aber wir gucken mal, was das da hinten ist. Zwischen diesen Säulen. Wir bauen ein Haus am Lebensbaum? Ja, heute nicht mehr. Aber vielleicht bauen wir das da mal. Ich hoffe halt, dass ich einen Rückweg finde, weil das Problem ist natürlich... Ich habe natürlich... Inzellenter Weise... Äh... Ich habe hier keine Boje dabei. Sonst hätte ich mir jetzt hier unten eine Boje hingesetzt. Beim Weg müsst ihr mir vielleicht beim nächsten Mal nochmal ein bisschen unter die Arme greifen, dass ich den wiederfinde. Aber was ist denn das hier? Oh ne, hier sind Teleporter. Wie lagun der Bund? Aber dafür müsste man ja auch erstmal reinkommen. Losti, hi. Ja, ja, entspann dich. Ich sehe auch gar keinen Eingang hier. Nein, vielleicht sollte man da auch besser gar nicht rein. Verpiesel dich! Auf dich habe ich ja jetzt mal überhaupt keinen Bock. Ich habe hier schöne und spannende Dinge zu erkunden. Oh Mann, ich hasse dich! Du bist ein Arsch! Spiele so, das gewonnen wird als gefährliche Substanz und Lebewesen. Lisa, komme ich da rein? Ja klar! Ich bin ja neugierig dann bei sowas. Aber weil hier geht es halt auch anderweitig nicht irgendwie weiter und so, weißt du? Und irgendwie habe ich mir jetzt hier von dieser Ecke etwas mehr versprochen als nur... Achtung! Kaputtes Gebäude. Gefährlich. Nicht betreten. So, ich hatte gehofft. So, hier ist noch irgendwas anderes. Ja, ich weiß. Aber mich trügt anscheinend meine Hoffnung. Vielleicht kommen die da nicht raus, weil es nicht geht. Ja, möglich. Oder sie sind in diesem Stase-Zustand wie die anderen Sachen auf den Forschungstischen von diesem... Wer auch immer das hier alles war. Diese Alien-Form. Alles gut, Joki. Die Mods klopfen dir schon auf die Finger, wenn es zu viel wird. Nur halt auf jeden Fall nicht storymäßig irgendwas groß verraten oder so. Das wäre doof. Tja, anscheinend gibt es hier sonst nichts mehr. Ja, ja, komm, halt die Klappe. Keiner interessiert sich für dich. Bist du... Macht einfach der Säure hier weiter zu folgen? Oder kommen wir da her? Ne, da kommen wir, glaube ich, her, ne? Ja, da kamen wir her. Habe ich jetzt... Habe ich bisher irgendwas Fettes übersehen? So, das dürft ihr mir sagen. Habe ich jetzt hier in diesem Raum irgendwas Krasses übersehen? Wo ich noch hätte hingekonnt, reingekonnt? Erfolgreich drei Moden versenkt. Verdammt. Ja, hast du den Eingang. Es gibt einen Eingang, warte mal. Ich habe den Eingang übersehen. Was ist denn hier der Eingang? Ich habe den Eingang übersehen. Kommt man durch einen von diesen Röhrendingern da rein? Ne. Ne. Ich habe den Eingang übersehen. Ich habe den Eingang übersehen. Okay, was auch immer es war, es ist entkommen. Ja, schön. Es heißt, irgendwas scheißgefährliches ist hier auf dem Planeten unterwegs, was hätte festgehalten werden sollen. Das ist ja schon mal toll. Oh, kam schon Motte. Oh, was ist das? Oh Gott, was ist das? Seedrachenei. Haulig. Kann ich nicht scannen? Nein, sag nicht, das ist was, wofür ich eine grüne Tafel brauche. Ich habe keine grüne Tafel dabei. Mit Ionenwürfeln kann ich euch jetzt totschmeißen, aber... Oh nein, es ist eine Datenkonsole. Schadensbericht. Oh, ein Riesenfischi. Aber sowas von ein Riesenfischi. Ich sag's euch, wie es ist. Wir werden verhungern. Wenn das so weitergeht. Wir werden hier drinnen verhungern. Weil ich hier diese Fische da anscheinend... Ja, warte, ich versuch das nochmal. So, anscheinend kann ich... Warte mal. Bleib mal hier. Bleib mal. Bleib mal. Ja, doch. Okay, wir haben aber nur noch eine Wasserflasche. Nur noch eine Wasserflasche, das ist nicht viel. Ups. Ich glaube, es scheitert tatsächlich bei uns am Wasser diesmal. Warperteile. Oh. Ja, toll. Wie soll ich denn jetzt auf die schnellen Weg finden, das zu neutralisieren? Oh, fuck. Äh. Ich glaube, wir sind so gut wie tot. Ist aber nur ein Verdacht. Isa? Ja, was denn? Das kann ich nicht scannen. Das kann ich alles nicht scannen. Das sind alles Warper-Teile. Haben die die hier auseinandergenommen, um die zu untersuchen? Auseinandergeschnitten? Ah, fuck. Das ist aber auch nicht cool. Das ist halt überhaupt nicht cool. Hast du deine UV-Lampe dabei? Was? Kommt man hier noch irgendwo weiter, oder war's das? Ich würde halt da noch gerne rein. Ich würde das da gerne scannen, was auch immer es ist. Ich glaube, hier geht's nicht weiter. Ich würde behaupten, dass das da ist. Achtung. Oh, äh, hier fehlt die Scheibe. Hi, na? Ich würde mich jetzt zwischendurch immer so ein bisschen darum kümmern, dass die ganzen anderen Sachen gleich aufgefüllt bleiben, weil wir haben halt vor allem das Problem mit dem Wasser, ne? Sarina, schlaf schon gute Nacht dir. Erhol dich gut. Ah, ich hoffe halt, ich habe nichts übersehen jetzt. Und da ist der Chris. Guck mal, ob der ein roher Fisch... Stimmt, roher Fisch wäre natürlich auch noch eine Option. Oh, warte, da ist die Scheibe kaputt. Nee. Minus eins sogar. Die anderen bringen immerhin... Na, null. Aber der bringt immerhin zwei. Ich muss die halt nur dann direkt essen, weil wenn ich sie direkt esse, dann geben sie immerhin vier. Wir müssen halt echt eigentlich langsam zurück, was das Wasser angeht. Ich hätte nicht gedacht, dass das so viele ist hier unten. Okay, habe ich jetzt noch was Wichtiges hier übersehen? Ich will das halt jetzt wissen, wirklich, deswegen frage ich euch. Habe ich jetzt noch was Wichtiges übersehen hier? Oh, ich habe mich erst gedödelt. Ich glaube, nein. Okay. Ich bin mir nicht sicher, Isa, aber du kannst ja noch mal zurück. Okay, das klingt, als hätte ich was vergessen. Also, die Sachen hier kann ich ja weiter nicht scannen, ne? Achso, du weißt es wirklich nicht mal. Okay, sorry, dann habe ich das falsch verstanden. Dann würde ich sagen, um, äh, damit wir hier lebend wieder rauskommen, kehren wir jetzt erstmal zurück nach Hause. Aber ihr müsst mir versprechen, beim nächsten Mal müsst ihr mir beim Weg helfen, um das hier wieder zu finden. So, weil den, äh, ich hätte eine Boje mitnehmen sollen, aber ich finde den Weg beim nächsten Mal im Leben nicht alleine wieder. Müsst ihr für mich ein bisschen Navi übernehmen. Oh Gott, komm schon. So, und wir müssen halt jetzt irgendwie wieder den Weg nach Hause finden. Nein. Nein. Ich habe keine lila Tafel dabei. Okay, wir müssen auf jeden Fall nochmal wiederkommen. Kacke. Die habe ich halt jetzt nicht dabei. Isa, was denn? Was denn, Bierchen? Und Cloud, guten Abend, danke dir für den Host. Oh, hast du noch eine Liga? Ja, also die, ich habe zu Hause welche liegen, aber nicht dabei halt, weißt du? That's the problem. Weg ist leicht zu finden, keine Sorge. Okay. Aber wir müssen jetzt erstmal wieder den Hauseweg finden. Äh, da ist Home Sweet Home. Aber wir müssen halt den Weg nach oben wieder finden, weil wir haben jetzt überall Felsdecke über uns. Und was machst du so? Och du, ich fahre gerne im Kreis. Finde ich immer ganz witzig. Na, die Orangen haben wir ja eingesetzt. Die Orangen hatten wir ja eingesetzt. Deswegen sind wir ja weitergekommen. Aber wir brauchen eine Lilane, um hier nochmal reinzukommen. Ja, ja, ich habe schon eine orangene Tafel gebraucht. Bei, wo war denn das? Wo habe ich denn vorhin die orangene Tafel eingesetzt? Deshalb immer ein Signal an die Eingänge der Höhlen. Ja, ja, ja. Know what you mean. Ah, das ist auch eine coole Taktik. Und sieht gleichzeitig noch hübsch aus. Bierchen schlafe schön. Gute Nacht. Ja, danke für so lange da sein. Wir düsen jetzt auch nur noch nach Hause, gucken uns den Knuddelfisch an, lesen uns die letzten Texte durch und machen dann Feierabend. Was spannend wird halt, ob wir dann noch den Rückweg finden, schnell genug. Ob wir hier durch einen von diesen Dingern eine Abkürzung nehmen können, theoretisch. So, weil das muss ja von irgendwo oben runterkommen. Knuddelfisch? Sag doch sowas. Entschuldigung. Nee. Machen wir nicht. Wissen Sie, was cool wäre, wenn die Motta irgendwie so eine Warp-Geschwindigkeit hätte, wenn man sich zwischendurch so schnell durchmogeln könnte überall. Ja, ja, die Porta wieder, weißt du. So, wo war hier der Ausgang? Hier sind wir bei der Stand. Nein, Entschuldigung, ich mach das Licht schon aus. Alles easy. Ja. Oh, warte. So, und damit müssen wir jetzt nach Hause kommen. Damit müssen wir jetzt irgendwie nach Hause kommen. Da ist der Ausgang. Obgeschwindig. Ja, nein, ja, aber halt schnell. Weißt du, so ein Boost oder sowas in die Richtung. So, da hin. Ja, ich würde mal sagen, wir haben ziemlich viel geschafft heute, oder? Ich würde mal sagen, wir haben ziemlich viel geschafft heute. Und wir sind krankheitsmäßig halt echt im Arsch. Muss man halt leider mal so sagen. Also man kann eigentlich sagen, wir sind halb tot. Virus ist auf Haut und Lunge angekommen. Das ist nicht so gut. Das klingt ziemlich bescheiden. Isar, voll panisch damit müssen... Oh, Felswand. Müssen wir nach Hause kommen? 1,70 Wasser. 700 Meter von der Basis. Na, ich bin halt ungern unterwegs, ohne irgendwelche Vorräte und so. Das ist halt das Problem einfach. Wir haben jetzt nichts. Wir haben auch keine... Wir haben jetzt auch keine Essensbarren mehr, so für den Notfall. Die kann man halt ja leider auch nicht herstellen. Das wäre halt geil, wenn man die selber herstellen könnte, weißt du? Dass man so diese Notrationen... Selbst wenn die mega schwer zum Herstellen wären. Aber dass man so ein, zwei von diesen Barren einfach dabei haben könnte. Sauerstoff ist ja aber auch auf die... Ja gut, Sauerstoff atmen. Meine Güte. Soll er halt mal 10 Sekunden länger die Luft anhalten. Kann ja auch nicht sein, dass der direkt erstickt, wenn die Flasche leer ist. Man kann ja auch nochmal 30 Sekunden die Luft anhalten. Ja, weil 225 Sekunden vollkommen reichen. So. Oh, warte. Wir haben eine Botschaft bekommen. Wie bitte? Wie bitte? Ich glaube, da hat irgendwer versucht, mit uns Kontakt aufzunehmen. Man könnte auch mit dem Zyklopen runter, mobile Basis darunter. Damit ist auch ein Abenteuer für sich. Aber ich würde es total... Okay, ja. Ja, aber das dachte ich eben schon so. Den Zyklopen da runter zu kriegen, das ist schon... Wuh. Oh, wuh. War bestimmt falsch verbunden. Wahrscheinlich. Lang so. Auch nicht ganz unsere Sprache. Ich hing mal da unten in der Höhle und der Wasserbalken bewegte. dass ich nur zwischen 5 und 1 habe mich nur von Gelsack zu Gelsack gehangelt. Oh Gott. Okay. Krass. Das ist dann krass. So. So. Äh. Lagnetid. Da. Schnell was futtern. Fühlt sich das gut an, dass alles wieder voll ist. So. Dann schauen wir mal, was wir da noch Neues gefunden haben. Mmh. Irgendeinen neuen Bauplan. Ach, die Tafeln können wir sogar selber herstellen. Wir sollten vielleicht jetzt gucken, dass wir in der Motte immer zwei lila und zwei orangene liegen haben. So. Das wäre, wobei, Nickel-Erz. Ich habe keine Ahnung, wo wir Nickel-Erz herkriegen. Aber, dass wir zumindest lila eine Tafel dann dabei haben. Mmh. Rumfahren mit dem Zykloppen fand ich das schönste hinzuladen. Ich habe das Problem, ich kann mit dem Zykloppen irgendwie nur rückwärts fahren. Ich kann damit halt leider nur rückwärts fahren. So, wir haben das Seedrachenskelett gefunden. Dieses halbwegs intakte Skelett sammelt, äh, sammelt. Es stammt von einem Raubtier in Leviathan-Größe. Erstens Schädeltrauma. Es gibt klare Hinweise auf ein massives physisches Trauma des Kopfes. Der Bruch ist so schwerwiegend, dass er wahrscheinlich die Todesursache war und irgendwo in der Nähe stattgefunden haben muss. Er könnte durch eine Hochgeschwindigkeitskollision mit einem massiven Objekt hervorgerufen worden sein. Okay. Alter. Etwas in der Umgebung hat dafür gesorgt, dass diese Überreste erhalten geblieben sind. Aber der Kalziumzerfall weist auf einen ungefähren Todeszeitpunkt vor etwa 1000 Jahren hin. Das Knochenwachstum ist ein Hinweis darauf, dass sich das Tier in der Lebensphase befand, in der es zur Eierblage fähig war. Fährst du auch Auto rückwärts? Äh, ja, gelegentlich schon, aber nicht primär. So, Überrest eines Forschungsobjekts. Die Skelettüberreste eines riesigen Raubtiers, das in einem künstlichen Lebensraum gehalten wurde. Erstens Lebensraum. Die Umgebung, die für die Aufnahme des Exemplars konstruiert wurde, lässt vermuten, dass es Monate oder sogar Jahre lang für Forschungszwecke in dem Behälter am Leben gehalten wurde. Organische Stoffe zeigen, dass dieser Lebensraum einmal eine reichhaltige Pflanzenwelt beherbergte, obwohl seitdem alles verfallen ist. Als die Einrichtung zusammenbrach, wurde dieses Exemplar entweder zum Sterben zurückgelassen oder auf der Stelle getötet. Evolution. Obwohl es einige Skelettmerkmale mit dem Beißer und dem Sandteil teilt, einschließlich der markanten doppelten Augenhöhlen, ist dieses Fossil erheblich größer und besitzt ungewöhnliche Unterarme, die bei Wasserlebewesen nur selten vorkommen. Diese Art ist wahrscheinlich in den vergangenen tausend Jahren ausgestorben und seine evolutionären Verwandten haben sich so weiterentwickelt, dass sie kaum wiederzuerkennen sind. Das ist ja echt so eine Forschungsstation gewesen, ne? So, Rochenarten. Verschiedene Rochenarten, die auf 4546b heimisch und jeweils an unterschiedliche Umgebungen angepasst sind. Die Exemplare sind zu 99,99% genetisch identisch mit denen, die heute auf dem Planeten vorkommen, was darauf hinweist, dass insbesondere Rochen im letzten Jahrtausend eine geringe evolutionäre Mutation durchgemacht haben. Geisterrochen, Quallenrochen, Purpurrochen und Kaninchenrochen haben einen gemeinsamen evolutionären Vorfahren. Der Alpha-Rochen könnte sich tief in den Ozeangräben entwickelt haben und wuchs schnell im Rahmen des verfügbaren Nahrungsangebots. In Größe und Aussehen wäre er dem Geisterrochen am ähnlichsten gewesen, mit durchscheinender Haut zur Tarnung und nach vorn gerichteten Augen für die Jagd. Ein schneller und beängstigender Lauerjäger von Kleintieren in der Dunkelheit. Während einige Rochen in den Begrenzungen der Höhlensysteme blieben, in denen sie sich ursprünglich entwickelten, sind die anderen relativ junge Anpassungen an neue Lebensräume, vielleicht das Ergebnis von Überpopulationen. Alle Rochen auf 4546B haben ihr Dasein als Fleischfresser zugunsten von pflanzlicher Nahrung aufgegeben und entwickelten giftiges Fleisch, um sich selbst zu schützen. So, das Seedrachenei, das sieht halt echt spektakulär aus. Der Seedrache war einer von diesen ganz großen Skeletten. So, Bericht über bakterielle Infektionen. Du wurdest mit einem bisher unbekannten, durch Wasser übertragenen Bakterium infiziert. Es vermehrt sich momentan in deinem Blutkreislauf. Geschätzte Inkubationszeit zwei Wochen. Dein Immunsystem bekämpft momentan die Infektion mit geringem Erfolg. Eventuell hast du bereits grippeähnliche Symptome und Hautirritationen bemerkt. Diese werden sich wahrscheinlich verschlimmern, je mehr sich das Bakterium ausbreitet. Linderung und Auslöschung der Infektion sollte höchste Priorität haben. Empfohlene Vorgehensweise. Sammle weitere fremde Forschungsdaten über ein mögliches Heilmittel. Erforsche die Vorgänge, durch die das einheimische Ökosystem die Symptome der Infektion hemmt. Ah, den Lebensbaum haben wir noch gefunden. Ein gewaltiger Baum, der in einer tiefen Höhle entdeckt wurde. Der einzige seiner Art auf dem Planeten. Der Baum wird von Rochen umkreist, die auf seinen rosafarbenen äußeren Blättern weiden. Rinde. Eine harte, schnell wachsende Rinde bedeckt die Außenseite des Baums. Winzige Organismen leben in den Kerben der Oberfläche. Die Äste sind um einige unausgebrütete Eier herumgewachsen, die zu einer Tierart mit der Bezeichnung Phantom gehören. Okay, Phantom. Haben wir noch gar nicht gefunden, ne? Nee, nee, du kannst halt einfach rückwärts lenken. Also zurück. Dieser Baum scheint ein uralter Nistplatz zu sein. Die Eier wurden gelegt, als der Baum jung war. Nun sind die Äste schützend um sie herumgewachsen, während sie die richtigen... Was? Zum Schlüpfen abwarten. Bedingungen zum Schlüpfen abwarten. Oder sind Phantome, sind das diese Geister, Leviathane, Phantome? So... Kara-Seuchenprofil. Diese Konsole enthält umfangreiche Daten über die bakterielle Seuche, die als Kara bezeichnet wird. Entdeckung erstmals aufgetreten während einer routinemäßigen Netzwerkerweiterung auf äußere Welten. Entwicklung zur Pandemie, ein Netzwerkfehler, führte zu einer Fehlfunktion im Routine-Quarantäne-Verfahren. Die Seuche wurde auf die Kernwelten übertragen und breitete sich dort schnell aus. Bestätigte Todesfälle 143 Milliarden. Bakterielle Vorgehensweise befällt gesunde lebende Zellen und mutiert die genetische Grundstruktur. Symptome? Erste Stadium, allmähliches Versagen des Immunsystems. Zweites Stadium, grüner Hautausschlag und grippeähnliche Symptome. Drittes Stadium, unberechenbare Veränderungen der biologischen Struktur. Vorher führte Stadium, vollständiger Zusammenbruch der Vitalfunktion. Oha, wir sind schon in Stadium 2. Eingeleitete Notfallschritte, Kernwelten unter Quarantäne gestellt, Bakterienprobe an isolierte Seuchenforschungseinrichtungen verteilt, zur Entwicklung eines Impfstoffs. Behandlungsprozedur unbekannt. Schadensbericht. Leviathan in der Nähe der Einrichtung registriert. Nähert sich mit hoher Geschwindigkeit. Äußeres Ankertau mit gewaltiger Kraft getroffen. Äußere Verankerung gibt nach. Einrichtung sinkt. Aufprall auf Meeresboden. Lex in Sichtungsbehälter Einheit 7. Leviathan-Eier registriert. Sofortiges Probenzerstörungsprotokoll eingeleitet. 314 Exemplare zerstört. Ein Exemplar übrig. Evakuierung der Mitarbeiter zu den Schutzräumen außerhalb der Einrichtung. Planetaris-Quarantäne-Protokoll eingeleitet. Warnung. Infizierte Personen dürfen den Planeten nicht verlassen. Ein Exemplar übrig. Das ist das Seedrachenei, was wir gefunden haben. Ein Seedrachenei ist übrig. So, und wir haben noch Daten aus Scans. Fließband. Eine Art Fertigungsstraße für Warpa-Bauteile. Selbst teleportierende Quarantäne-Vollstreckungseinheit. Diese Lebensform zeigt Anzeichen von starker genetischer Manipulation und umfangreicher Implantation. Seine Verdauungs- und Atemorgane wurden durch eine Art Batterie ersetzt, die ihre Energie direkt vom Hauptnetz empfängt und über den ganzen Körper verteilt. Miniaturisierte Phasentechnologie wurde unter die Haut implantiert und wird durch das zentrale Nervensystem ausgelöst, sodass das Konstrukt nach Belieben teleportieren kann. Das Gehirn und das zentrale Nervensystem wurden mit hochentwickelter Rechenleistung und Fernkommunikation digital aufgerüstet. Beurteilung programmierbarer Jägerkiller meiden. Was? Die Warpa sind gar keine Tiere, das sind Maschinen? Die Warpa sind Maschinen? Die Warpa sind gar nicht mehr. Das heißt, die sind das wahrscheinlich auch, die uns jagen, von denen wir die Nachrichten zwischendurch gehört haben. Die so nach so einer bösartigen KI klangen. Die sind die, die uns jagen, die uns auslöschen sollen, weil wir jetzt die Letzten sind, die dieses Virus in uns tragen, abgesehen von den Organismen auf dem Planeten, die damit klarkommen. Ich verstehe es so, dass sie die Eigenschaften der Tiere nutzen. Oder das? Also zumindest der eine hier ist eine Maschine, aber... Weiß nicht, also so wie das hier beschrieben ist mit der Phasentechnologie und so weiter, klingt das so, als wären alle Warpa quasi... Ja, oder Cyborgs, genau. Und Hiakio. Quasi Cyborgs. Werden konstruiert, auf dem Planeten ausgesetzt, um diese Quarantäne-Vorschriften weiter einzuhalten. Die wollen doch nur spielen, genau. So, und Warpa-Teile. Die organischen Teile in den Vitrinen enthalten die DNS von dutzenden verschiedenen Organismen, größtenteils von anderen Planeten. Sie befinden sich in verschiedenen Stadien der Aufrüstung mit fortgeschrittener Technik. Dieser fließbandartige Ablauf lässt den Schluss zu, dass die selbst teleportierenden Konstruktionen von den Fremden, die diese Einrichtung entworfen haben, gebaut, gepflegt und eingesetzt wurden. Doch das liest nicht so, als wären alle Warpa so eine Art Cyborgs. Warpa sind von Alien-Rasse-X gezüchtet, beziehungsweise gebaute Cyborgs, die als Wächter entwickelt wurden, um die Quarantäne durchzusetzen. Genau, so habe ich das jetzt nämlich auch verstanden. Ah, krass. Krass. Hätte ich jetzt nicht gedacht, aber krass. Einfach die Soldaten mit Teleport-Tag aufrüsten, ja. Krass, krass. Krass. Also wer auch immer hier die Alien-Rasse vor uns war, die waren schon ziemlich rücksichtslos, so, ne? Entweder rücksichtslos oder verzweifelt. Eins von beiden. Entweder sehr rücksichtslos oder sehr verzweifelt wegen diesem Virus. Weil man weiß ja auch nicht, ob hier der Planet der Ursprung des Virus war, ne? Sondern der Virus hat sich auf den Kernwelten ausgebreitet, wo diese Aliens gelebt haben. Es kann ja, der Ursprung kann ja auch woanders gewesen sein. Und die haben den Virus selber mitgebracht. Aber die einheimischen Tiere kommen mir anscheinend damit klar. Oder haben sich entsprechend assimiliert, dass der Virus sie nicht mehr tötet? Keine Ahnung. Rücksichtslos bei 143 Milliarden. Bestätigt, wenn ich Unfall... Ja. Ja, das ja. Ja, die Frage war halt, was zuerst da war, ne? Also zu welchem Zeitpunkt das Virus ausgebrochen ist. Das ist halt die Frage. Nun gut. Viel gelernt heute über Dinge und Sachen. Und jetzt zum Abschluss noch was Schönes. Du hast jetzt genau die gleichen grünen Pusteln an Händen, wie die infizierten Fische auf diesem Planeten, Isa. Aber nicht alle haben grüne Pusteln, ne? Nicht alle Fische haben grüne Pusteln. Egal. Zum Abschluss was Schöneres. Noch Schönes. Wir gucken uns jetzt unseren Knuddelfisch an, den wir ausgebrütet haben. Hallo. Na du? Hallo. Hallo, du. Können wir mit dem nicht irgendwie noch ein bisschen mehr interagieren? So. Der wubbelt hier jetzt halt rum. Wubbel mal so, dass wir dich von vorne sehen. Hallo. Ja. Er macht Spökes. Er lässt sich nicht angucken. Warte, wir gucken erst mal. Da, Pflanzenfresser. Groß. Ach, der zählt sogar als groß. Knuddelfisch. Als kleiner, grauer Pflanzenfresser zeigt der Knuddelfisch ein hohes Niveau an Intelligenz, Neugier und Zuneigung. Seltsamerweise wurde diese Tierart nicht in der Wildnis gefunden und das gescannte Exemplar musste künstlich in einem Lebensformzuchtbehälter ausgebrütet werden. Lebenszyklus. Ohne wildlebende Exemplare können kaum gesicherte Aussagen über den Lebenszyklus des Knuddelfischs gemacht werden. Es ist möglich, dass es durch Änderungen der Umweltbedingungen die Art an den Rand des Aussterbens gebracht wurde und sie ihre Eier in permanenter Stase zurückließ. Es ist auch möglich, dass der Knuddelfisch genetisch verändert oder sogar von einer anderen Welt nach 4546b eingebracht worden ist. Verhalten. Es ist bekannt, dass der Knuddelfisch ein Pflanzenfresser ist, der im Umgang mit anderen Arten ein ausgeprägtes soziales Verhalten zeigt. Wie bei den Delfinen der Erde vor ihrem Aussterben konnte bei ihm beobachtet werden, dass er scheinbar eine Vorstellung von einem Bewusstsein bei anderen hat, das wichtigste Anzeichen für wahre Empfindungsfähigkeit und versucht durch eine Reihe von Zwitschern und Zirpen zu kommunizieren. Interaktion. Es konnte nachgewiesen werden, dass der Knuddelfisch in der Lage ist, einfache Befehle zu verstehen und zu befolgen, den emotionalen Zustand seines Gegenübers einzuschätzen und angemessen darauf zu reagieren. Beurteilung. Emotionale Bindung zwischen Lebewesen ist ein wesentlicher Bestandteil geistiger Gesundheit. Okay, du sorgst also jetzt dafür, dass wir nicht bekloppt werden, verstehe ich das richtig? Ähm, hau aber nicht ab, ja? Bleib schön hier. Wir können mit dem spielen. Wir können mit dem spielen. Wir können mit dem spielen. Wenn ich ihm jetzt sage, er soll mir nicht mehr folgen, bleibt er dann hier oder haut er ab? Oh. Er bleibt hier, okay, sehr gut. Keks! Geil. Wo ist die Münze? Hinter deinem Ohr. Oh. 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 Der ist ja süß. Mua. So, komm nochmal her. Ich muss dir nochmal sagen, dass du mir nicht folgen sollst. So, weil... Genau. Bleib einfach schön hier am Haus, ja? So, hier kannst du... Hier im Flachen kannst du rumdümpeln. Nicht so weit rausschwimmen. Will nicht, dass dir was passiert. So. Und wir gehen jetzt schlafen. Voll süß. Ja. Total. So, für uns wird es jetzt aber Zeit fürs Bettchen. In jeglicher Hinsicht. Obwohl, eine Sache machen wir noch. Entschuldigung. Eine Sache machen wir noch. Sagt das mit dem Bleib im Haus nicht so laut? Manchmal nimmt er das wörtlich. Du meinst ja gilt Strein, oder was? Und zwar... Tja, mit welchem fangen wir an? Wir haben auch noch ein Knuddelfisch-Ei. Wir können dem sogar noch einen Gefährten ausbrüten. Aber erstmal... Ähm... Dieses sehr merkwürdige Ei schmeißen wir jetzt da rein. Dieses sehr, sehr merkwürdige Ei. Von dem ich wissen will, ob ein Kraken oder ein Teleporter drin ist. Wenn es ein Teleporter ist, weiß ich noch nicht, wie wir reagieren. Wir kriegen den ja nie wieder da raus. Warte mal, wenn das ein Kraken ist, ne? Und er sein EMP benutzt. Dann legt er mir die komplette Base lahm. Stimmt, ein Cyborg-Schlüpft ja nicht. Stimmt. Das ist ein Kraken. Ich kann mir doch keinen Kraken hier drin ausbrüten. Bioreaktor regelt. Warum nicht? Wenn ich mir einen Kraken hier drin ausbrüte und er benutzt EMP, legt er mir die komplette Base lahm. Verstehst du? Schisser. Ja, vielleicht machen wir das irgendwann. Wir machen das irgendwann mal, wenn wir nicht mehr darauf angewiesen sind, dass diese Basis funktioniert, okay? Dann machen wir das. So. Aus welchem hab ich das denn jetzt eben rausgenommen, verdammte Axt? Dann probieren wir erstmal dieses hier. Dieses Raumschiff-optische Dingen. Oder er legt die Basis auf, bis sie explodiert. Ja, oder das? Das ist auch nicht cool. So, dann brüten wir als nächstes mal dieses hier aus. Ich will nicht mehrere gleichzeitig reinschmeißen, weil ich möchte nicht, dass irgendein unschuldiges Wesen plötzlich neben einem Fleischfresser schlüpft und der das direkt inhaliert. Bin ja mal gespannt, ne? Ich weiß halt nicht mehr, wo wir das hier gefunden haben. Keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden sehen, was hier bei Zeiten rausschlüpft. Das dürfte ein Sammelobjekt... Irgendwie ein Sammelobjekt. Was meinst du mit Sammelobjekt? Ja, dass man was pflanzen kann, habe ich gesehen. Wirst du verstehen, wenn du es siehst. Okay. Kaffee completed. Kaffee completed. Kaffee vorm Schlafen? Habe ich doch gestern schon erläutert. Das ist die entkoffeinierte Version vorm Schlafengehen. Nur morgens gibt es die mit Koffein. Und Mystery, hi. Guten Abend. So, das heißt... Betthupferl. Und Käffchen. Und... Es wird Zeit fürs Bett. Und Mystery, danke dir auch fürs Volle. Du musst dir gemütlich. Die Puppe habe ich vergessen. Okay, wir müssen einmal kurz die Puppe antatschen. Verzeihung. Verzeihung. Abendliche Rituale. Ja. Nee, Bild habe ich noch nicht gemacht. Hallo, everybody. Du bist noch nicht müde genug, um zu schlafen. Okay. Alles klar. Dann speichern wir halt so. Nee, wir machen nicht durch bis morgen früh. Ich muss... Ich muss um Leute aufstehen. Deswegen machen wir nicht durch bis morgen früh. Wir haben schon eine Stunde länger gemacht, als ich geplant hatte. Das macht dieses Spiel. Wisst ihr, dieses Spiel. Ich werde sehr... Ich werde inkonsequent bei diesem Spiel. Okay. Vielen Dank.